Dann machen wir uns doch mal unser schönes... Dooku, 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 Dooku... Das Wärterin Celia. Ich nicht, aber die Morden. Ich habe die Türme abgefackelt. Alle Türme. Ich weiß, wir sahen den auf. Es reicht, Celia. Lass den Häftling ziehen. Er verdient unseren Dank, nicht unser Misstrauen. Baldes und sein Heer hätten uns um ein Haar überrannt. Die Grausamkeiten, die er unserem Volk zufügte, brauche ich wohl nicht zu schildern. Auch Marcel hält den Häftling davon ab, Baldes schnürstrat von unseren dürftigen Schutzanlagen zu berichten. Er hat zu viele Morden getötet. Baldes würde ihn niemals wieder in sein Heer aufnehmen. Der Widerstand hat einen solchen Krieger bitter nötig. Ich bitte dich, Celia. Hätt dieser Graus? Nun gut. Ich sehe keinen Grund, euch noch länger festzuhalten. Nicht nur anderen, sondern auch diese beiden Schlampe. Ja genau, Schlampe. Dann würde ich mich gleich in meine Heimat aufmachen. Ich gehe zur Stadthalle. Dort findet ihr eine Schlöster namens Tag. Sie wird euch den Ring abnehmen und euch in der Habe zurückgehen. Das ist gut. Ich schätze, ihr werdet im Dorf jetzt willkommen sein. Tag kann euch mit der ersten Etappe eurer Heimreise behüblich sein. Seid äußerst vorsichtig. Seid wachsam! Okay, äh... Interessiert uns nicht. Okay, es geht zurück. Bambam. Bambam. Und jetzt hier... Alle wieder vereint. Glücklich vereint. Alle zusammen. Okay, wo ist diese Stadthalle? Ich glaube, das ist das mit den Muscheln drauf gewesen, oder? Und wo ist das? Das ist Außenposten. Das ist es garantiert nicht. Das ist die Schenke. Lauf mal wieder bestimmt für so einen übelst unständlichen Weg. Stadthalle, da ist es doch. Und weiter geht's. Driadenwache und Gefangener. Söldner oder Soldat. Söldner. Weiter nach oben. Mache. Breiner. Stadthalle, wenn man so hier drin müsste es dann sein. Oh man, wir haben übelst viele Löcher im Bollen. Wer es ist, wenn mal ein Kind reinfällt. Immer dem Fragezeichen nach. Ta. Oh ja, gerne. Blablabla. Da kommen wir so zu. Ja, ich möchte das Spiel speichern. So. Kleiner Schild. Kleine Verjüngungstrank. Cool. Irgendwas Lila in das. Was war Lila? Blablabla. Und. Wow, wir haben schon 2300 Gold. Und wir sind unser schickes Schmuckstück los. Hm. Hm. Wurfachs des Parasiten. Fernkampf Schellis. Hm. Okay. Winternschuhe. Schuhe plus 4 Rüstung plus 1 Intelligenz. Hey. Schuhe, die ein Intelligenter machen. Hm. Bitte. 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 Okay, es gibt nichts Tolles. Nichts Tolles. Achso, Fernkampf brauchen wir dafür. Ja, dann kann die doch anziehen. Sieht zwar wahrscheinlich jetzt nicht mehr so stylisch aus, aber... Naja. Who cares? Okay, erstmal weg hier. Also wie gesagt, Subquests mache ich, wenn... Was? Ich werde nicht sterben. Konversation ist beendet. Genau, und wir können uns jetzt auch ein Breittier in der Tierhandlung kaufen. Ja, cool, jetzt habe ich ein Schild und jetzt bin ich ein schildiger Mensch. Da, da, und das ist die Mordsamü von Kriegern aus der Unterwelt. Ja, in der Demo habe ich es auch geschafft, mir ein Tier zu kaufen. Und ich habe ja ganz bestimmtes... Ich verkaufe euch ein Schoßtier, aber nur, weil es wieder zurückfinden wird, wenn ihr an der Pest zugrunde gegangen seid. Sehr freundlich, was habt ihr... Hier könnt ihr verschiedene Schoßtiere erwerben, die euch auf euren Reisgesellschaft schon bezeichnen, als nächstes Schoßtier. Jetzt haben wir seinen Preis angeführt. Klickt auf Details, um die Fertigkeiten und Statistiken für das Tier anzuzahlen. Tierenungen in neuen Städten bieten unter Umständen Tieren an, die ihr nie zuvor gesehen habt. Und auf eurer Reise entdeckt ihr möglicherweise neue Schoßtiere, die dem Inventar der Tierhandlung hinzugefügt werden. Weitere Informationen zur Tierhandlung findet ihr im Handbuch des Auftragsbuchs im Abschnitt der Werben von Schoßtieren. Ein Skorpionenkönigin und ein Lastmolteer, das kann ich mir sch... Ich habe mir das hier gekauft, finde ich... Wir nennen es Eis-Elementar! Wir nennen es... So, Freeze! Cool, das ist winzig. Ich glaube, das... Ich weiß nicht, ich habe das so mitgekriegt, dass das wächst irgendwann. Ähm... Hier war der Schoß, man füttert es mit Gegenständen, damit es groß... Füttert es mit Gegenständen? Ich muss das Gegenstände... Das ist... Ich muss das Gegenstände mampfen. Wenn ich aber schoße wirklich mit diesem Gegenstand füttern, Warnung, der Gegenstand wird dadurch zerstört. Meldung ins Kuhn-Licht-Mein-Zeit. Okay. Ja, cool, das wächst wirklich. Was brauchen wir noch nicht? Ach, Zauber! Alles drauf, was geht! Okay, das ist ein nützlicherer Zauber. Kampf-Magie brauche ich nicht. Ey, wie genial ist das denn? So funktioniert das. Das wusste ich jetzt gar nicht. Mampf, mampf, alles weg. Ey, cool, das ist so wie... Das ist fast so wie eine Müllentsorgung. Ey, das ist sowas von genial, das kann ich jetzt gar nicht richtig aussprechen. Ey, cool, schon zu einem... Ich würde sagen, ein Fünftel, Entwicklung. Okay, das ist jetzt nicht vor... Von Bay, dann wird es ein Küken, dann wird es ein Kind, dann ist ein Jugendlicher, ein junger, ein junger, ein junger, ein Erwachsener und dann erfahren wir neue Erwachsener. Das ist sowas von cool, ey, das ist sowas von genial. Ich wage es kaum auszusprechen, wie toll das ist. Ich finde die eigenen Worte nicht mehr. Oh Mann, ab jetzt wird das Spiel wieder richtig gespürt.